Die Kleinen waren klein. Ich geh einmal auf die Kleinen, einfach nur wegen dem Feuerschaden den ich mache. So, schau mal so ein bisschen was anschwächen hier. Oh, das war ein Critz. Schööööne Sache. Ein Wackler ist gleich beim Kern. Was schon? Wow. Ja, irgendwas ist so... Ja, Viecher sind beim Kern. Sprinter. Ist doch gut, wenn nichts mehr kommt, dann ist er auch wieder voll. Wackler halt noch, ne? Nö. Ah, es gehen halt ab, ey. Ich verfehle fast keinen Wackler. Gut. Gut. Ja, okay, den Kliff. Komm, weg. So cool. Wenn man in der Nähe der Wackler die Lenkraketen ganz hoch schließt, dann treffen die man teilweise auch den Kopf. Oder tut sie das nicht? Also ich hab das... Ich glaube, dass ich das gerade gesehen habe. Oder hatte jemand... Oder hat Simon da gerade... Also den letzten habe ich verbracht. Aber die Raketen haben tatsächlich Schaden gemacht, glaube ich, ja. Okay, weil ansonsten... Ich hab nämlich viele kleine gleiche Treffer gesehen und hab mich gewundert, ob das eventuell die Nagelpistole war, die so gut getroffen hat. Wird es nämlich auch sein können. Deswegen hab ich nachgefragt. Achso, Minen übrigens. Wär was, ne? Hab ich ja keine mehr. Ja, aber ich. Ja, ja, Minen. So, dann haben wir halt unsere Hauptplattform fertig. Juhu. Kann man noch verbessern. These will work nicely. Ich frage, ist, packe ich die Armin jetzt mit rein, wo die noch geamt werden, oder packe ich die eher anders rein, oder lass die ganz raus? Ja, die Amp, die geht ja jetzt. Ja, okay, so weit geht die gar nicht. Ja, weil... Das ist bei der Feuerleitung noch nicht ab, das macht die mal hoch. Ja. Weil dann... Ja, genau. Ja, Steil ist hier außen hin, oder so. Irgendwo außen. So. Auf die äußeren Felder. Okay. Obwohl, ist eigentlich scheißegal, wir haben 15 Türmen maximal. Und 16 Plattformen. Jo, okay. Steil ist irgendwo hin. Hab ich lieber nachgedacht. Stimmt. Deswegen mach ich ja das Design mit 4x4. So, pack hier noch wer ein bisschen was Geld drauf, dann haben wir... Ja, ne, haben wir nicht genug Geld, ey. Ja, ich hab meins im Feuerleitung. Ich auch. Haben wir noch irgendwas nicht ganz oben, wo noch irgendwie was, was ein Stück weit fehlt? Ja, als ACP. Dann haben wir jetzt nur zwei Minen erstmal. Reicht ja. Ja, ACP. Okay. Wir könnten höchstens noch irgendwas aufbauen, damit wir die Minen schneller aufbauen. Ja. Alles gut, Hermes 2. Die Gauss da hinten... Ah, ich kann... Jan kommt kurz. Stimmt, da kann man was reinmachen. Ich werd's mal schauen. Gauss hat echt nicht allzu viel Schaden gemacht. Nee. Klufe 1. Nebenbei, nicht kleinster Winkel, bitte, sondern... Meist der Gesundheit. Okay. Achso, ich hab noch Block. Markus hat auch noch zwei. Was? Oh, lecker. Die hat mir jetzt grad irgendwer gegeben, weil ich hatte vorher garantiert keine. Also, ich nicht. Ich hab meine verbaut. Hm. In was darf ich Geld stecken? In alles. Du hast kein Geld mehr. In ACP zum Beispiel. Da... Da stand doch grad noch 20... Ey, bin ich heute... Was war ich? Ich hatte die 20. Ja, hab ich grad den ACP geparkt. Pfff. Jaja, die Reihenfolge. Ich bin grün. Hm. Ich bin gelb. Ausnahmsweise. Und ich nagel dich. Ja. Den Witz hab ich glaub ich schon mal gebracht. Wenn du Spaß dabei hast, dann... Na? Dann gibt er sich freiwillig her. Mhm. Ich geh Spucker. Hoppala. Ich bleib mal vorerst bei den Rhinos. Entschuldigung. Und ich... Seriously? Hast du gerade Hashtag gesagt? Ich glaub fast ja. Ja. Ha. Ja. Ja. Die. Das. Ja. Der. Ja. 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 Ja, kann ja wohl noch ruhig nichts durch, ne? Das wird alles schon direkt im Kern aufgehalten. Äh, nicht ganz. Ja, diese Seite hier. Hui. Schlappfest. Ja. Ach komm, bin ich schon jetzt. Ah ja, genau. Fall runter. Nice. So. Erledigt. Keine immer noch mehr voll im Leben. Schön. Das ist doch schon mal recht leicht. Da kommen Blümchen raus. Wo? Hier unten. Oh, Blümchen. Blümchen raus. Ja. Genau, stimmt. Stimmt. Wurde sagen, es sieht mehr aus wie so Propellerflugviecher. Ja. Aber es sind Blümchen. Oh, das ist da hinten, kann man auch nur effizienter machen. Kann man? Ah ja, ich seh's. Aber ja, aber ja. Nebenbei Minen. Recht wichtig. Ich will so gerne noch andere Sachen upgraden, aber hey. Frank. Ja, nun. Aber wir haben ja gesehen, dass dann doch ein bisschen was durchkommt. Naja. Ein bisschen. Eine Kleinigkeit. Ich baue jetzt einfach mal eine Kairos. Was? Was? Und upgrade sie aber noch nicht. Okay. Noch nicht. Erstmal hat sie viel. Bis vier andere Törme haben, ist eine Kairos gar nicht so schlimm, seien wir ehrlich. Wenn sie verlangsamt, hat er auch. Mhm. Und die komplette Area. Also. Also quasi ein Ein- und Ausgang. Hauptsächlich. So, haben wir noch... Nee, haben wir nur noch meinen einen Turm. Ich gehe Fliegepiescher gucken. Gleich. Gut, dann nehm ich die Minen mal mit wieder. Dann pack die mal hier hin. Steht da eine Turm genau... Ach, ach, deshalb. Ja, okay. So. Du hast noch Punkte zu ver... Punkten. Ja, mal schauen. Upgrade ich was oder brauche ich einen Drohnen-Turm. Was auch eine Idee wäre, wäre eigentlich eine Raketendrohne. Ja. Gerne. Fabi, wo bist du? Da bist du. Nein. Äh, wo bist du jetzt? Ich hab die Punkte schon. Was hast du? Ah ja. Das ist... Nein. Ich gehe mal hier hin. Wir sind heute alle im Business, was du hörst. Das muss am Wetter sein. Und ich packe erst mal schon mal die Punkte da rein für mehr Schaden. Ja, gute Idee. Weil wenn ihr mal die Grange anguckt, voll abgegradet wird der... den Kern wird umfassen. Oh ja. Das ist geil. Gut, gut, gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Gut, gut, super gut. Kann die dos eigentlich hier, hab ich euch gezeigt, ja. Ich frage das noch, ob ich euch ernähre, so. Flower Viewing. Let's see. Ja, es sind halt wirklich so Fälle drin. Okay, also das hier ist anscheinend so... Ja, toll. Ist anscheinend so die... Das Chibi-DLC. Die haben irgendwie komische Hände oder so. Ja, die... Gucken nur ganz kurz und dann... Boah, die sind schwer. Äh, du machst dir keine Schaden. Nur unten. Wow. Ja. Hoch. Okay, mit Raketen anscheinend schon. Und du sowieso. Ja, genau. Nein. Wenn man nicht aufhören, wo man hinhüpft. Findet ihr nicht eher, dass vielleicht die ganze Tatsache alle anderen irgendwie auch noch hier im Weg stehen? Ja, die Bliske... Können wir mit malen, Bliske. Ich wollte sagen, die Bliske-Plaske sind am nächsten am Kern dran. Gewesen. Okay. Also ja, die Netenpistole ist gut, aber um Agro zu halten, ist halt die Tesla praktisch unschlagbar. Klopp. Klopp. Äh, Zeitlimit. Ja, schon wieder. Wir haben genügend Zeit. Äh, Weg bauen? Wer baut Weg? Ja, ja. Äh, jojo. Da. So, Upgrades, Upgrades. Was haben wir denn hier? Die Gyrus. Raketenturm ist voll, also Kanonenturm. Okay. Ja, Raketenturm. Raketenturm. Ja, ja, ist richtig. Und sonst noch Punkte in den ACP. Wenn du einen Ton übrig hast, Markus, wäre ganz gut, wenn du den hier oben hinpacken könntest. Dann können wir schon mal den Bereich was eingrenzen, wo die den Kahn angreifen können. Nein! Oh mein Gott. Auf das Auto. Wohin da, okay. Ja. Okay, danke. Ähm. Schweber und... Ich kann schon mal zwei Pyramiden hier hinbauen, jo. Ich geh auf die Spooker und laufe noch ein bisschen. Oh Mann. Ich würde mal... Jetzt gehen wir alle jetzt zu die Spooker. Ne, ne, ich geh jetzt zu den Schwebern und versuch mal ein Glück. Beziehungsweise versuch jetzt zu verlangsamen, weil ich sie nicht treffe, weil die mich hier direkt anvisieren werden. Das Verlangsamen ist mit geringem Erfolg verbunden. Also mit geringer. Och, die ACP. Was denn? Die ist so laut. Ja. Macht aber gut Schaden. Ja. Ja, die Schwäber wären zum Problem. Sicher und Sicherheit. Ich bin schon wieder so weit, dass ich nicht merke, wenn ich tot bin. Das ist schön. Was schließt denn du da? Die komischen weißen Energiehugel. Äh, die kleinen sind hellblau. Das ist der... Das gilt keine Kanone. Die großen Strahlen sind Raketen normale. Ja, die kleinen kenn ich ja. Oder die galvanischen. Ja, die großen sind die normalen Raketen, die nicht homing sind. Oder ist Markus D. geschossen hat? Nö. Okay. Ja, das war schon ich. Das ist irgend so eine Pistole, ne? Die galvanischen meine, ja. Aber die kennt er ja. Mhm. Perfect. Wow, wir haben echt schon alles auf Top. Ja, momentan noch, ne? Vier Türmen haben wir noch. Eins fehlt noch. Die... Kairos. Und dann kann ich sogar noch ne Gatling bauen. Sehr geil. Aber wie gesagt, ich hätte noch ein Drohnturmangebot. Ah ja, dann haben wir auch noch was fehlen. So, da. Gut, dann mein Arsenal. Was fehlt denn uns noch an Turmen? Okay. Mein Arsenal ist auch komplett vorhanden. Okay. Hm. Ja, meine sind uns auch da. Was noch nicht voll abgegradet ist, ist der Drohnenturm. Mann. Jo, da ist Krim und Himen. Und die Gauss. Und die Gauss haben wir auch noch. Ja. Wollen wir die nicht? Ja, irgendwann. Wenn wir das Limit erreicht haben. Ja. Eben. Denn ich meine, so nennenswert viel Schaden macht sie nicht. 21k, was machen die anderen? Ja, aber guck dir die Range an. Ja, klar. Sie trifft fast gar nichts. Ja, momentan noch 32. 21k, 50. 14k vom Fokus. Ja, Fokus sind gut. Go, go, go. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ach, gehe ich hier hin. Standardaufstellung. Oder auch nicht, weil hier gerade keiner kommt. Da kommt da doch wer? Ne. Jetzt kommt unser. Jo, ich bin hier mit Agroziehen. Kleine Sicht. Werner hätte. Ne. Ich bin hier zusammen. Schafft ihr es da vorne, oder? Ich schaff's hier, ja Alles gut, dann Kümmer ich mich um die Läufe Also sollte man zumindest meine Ich lasse hier oben kommen Ich bin mit da, keine Sorge Okay Sind wir ja zu dritt, dann kann ich ja gar nicht schief gehen Die können aber eigentlich ziemlich weit wegschlagen Ja, ist echt casual, aber wir haben jetzt zwei Fliegeviecher, oder? Ja Ja, Schweber und Rotorblätter Blumen Nee, nee, die Schweber fliegen nicht, aber die Spuckflieger und da die Blitzgeblaske Ja, das sind für mich die Schweberviecher Ich schlage vor, wir platzieren noch einen Raketenturm näher am Kern Also hier ist er noch in Amplen Oder neben den anderen Äh, ja ist sogar besser, dann ist er noch mit Feuer Ich bin rausgeflogen Oder, was? Oh Du bist wieder vom Titelbildschirm, da die Netzverbindung mit deiner Computer verloren ging Ja, toll So, ich meine, wenigstens haben wir jetzt deine Türme, aber jetzt Uh, das wird schwierig Komm ich wieder mit rein, oder? Ich bezweifle es irgendwie Naja, ich glaub schon Versuchen kannst du es, schade nix Spiele einladen steht da, warte Snowfire einladen Ich bin im Offline-Modus, Moment Oh, perfekt Irgendein Grund Wie ändere ich das wieder? Wo ändere ich das wieder? In Steam Ja Unten rechts, glaub ich Normalerweise macht es Steam automatisch, wenn du ein DC hast Also Wenn es eben im Freundschaftsbrowser nicht geht, irgendwo Naja Dann einfach mal Steam neu starten Dauert aber so lang Moment Oh Kommt ja Momentan Zeit Ja Ich bin mir sicher, dass du wieder reinkommst Ansonsten wird da nicht Spiele einladen stehen Eben